Ah, ich bin gefrustet! Das ist es auch nicht? Okay... Das Spiel verarscht mich! So, was haben wir denn? Was ist denn das? Das passt ja ja nicht! Vielleicht der hier? Okay, der passt da auch nicht rein! Wo ist jetzt... Hallo Leute! Das kann es nicht sein! Das hier vielleicht? Jawoll! Okay, wir haben da ja hier noch einen Strich! Das sieht gut aus! Ach! Es wird! Dann kommt der hier rein! Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus! Ja nicht! Hier denke ich mal auch nicht! Hm! 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 Der auch nicht! Genau! Wenn die nur hier wären! Die wüssten genau, was zu tun wäre! Obwohl, das wäre ja eigentlich super, ne? Aber... Er will es nicht! Will er das? Das will er auch nicht! Dann will er das hier! Will er auch nicht! Was will er denn? Was will er denn? Das hier! Das will er auch nicht! Was willst du denn? Okay! Ich brauche ein anderes Stück! Ja, das bringt nichts! Oh! 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 Wir kommen voran! Das ist doch ein Witz ist das! Das ist doch herrlich! Der hier vielleicht hier hin? Ne! Will er nicht! Da ist das Gelbe! Hm! Da will er auch nicht hin! Wo willst du hin? Da unten, da müsste doch noch so ein Strich lang gehen! Das kann also eigentlich nicht wirklich groß sein! Hallo Mal kurz ein bisschen Bequemer hinsetzen So Jetzt müssen wir mal gucken Der ist schon mal gut Das ist schon mal sehr gut Ich stehe gerade irgendwie Ein bisschen auf den Schlauch Da will der nicht rein Ich meine ich könnte ja hier auch immer Die ganze Zeit ausprobieren Aber Das wird uns dann denke ich mal Auch nicht weiter bringen Boah ist das ein Dreckgrätsel So schwer ist das doch ja nicht Ähm Muss der vielleicht Nein das ist immer doch Ah Okay Ich meine wie oft werde ich Wie oft habe ich den da eventuell schon So rein zu trischtern So Was ist die Frage Muss Ne der nicht Das wird es auch nicht sein Ne Der ist es auch nicht Ne das Das hat doch keine Bedeutung Ich meine Was hat schon Bedeutung hier Der ist es auch nicht Der auch nicht Das ist natürlich Aha okay Drehen 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 Okay So funktioniert die Steuerung Als ob wir das nicht schon gewusst hätten Müssen wir aber echt mal gucken hier Ich meine das ist ja für euch Ist das ja auch Ziemlich Äh langweilig Ne was ich jetzt hier gerade mache Weil wir kommen ja hier nicht voran Das ist ja Dress ist das ja hier Ne Also ich habe ja auch Gerade keine Ahnung Was ich hier mache So Eigentlich muss das da unten Da muss doch Da muss doch ein Gelber Da muss doch Ah Es nimmt Formen an Scheiße sieht das aus Ähm Der ist es Der ist es nicht Der ist es nicht Ich kann doch mal hier Irgendwie überdreißen Ich glaube nicht Okay Okay Boah wenn ich jetzt hier mal Irgendwie mal voran käme Ne So Dann haben wir da die Kante schon mal Ähm Eigentlich müsste ich mich ja nur hier drüber arbeiten Eigentlich Aber im Endeffekt Irgendwie Ding 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 Der ist auch net Der ist es auch net Deo 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 Ist das ein Dreck Hier Das bringt ja nichts Das bringt ja nichts Das bringt auch nichts Ich muss da irgendwie Ein Teil haben Aha Was hat da reinpasst Also das wäre doch jetzt So das sieht doch jetzt Irgendwie danach aus Hallo Das sah doch gut aus Ey Willst du mich verarschen Du Drecksteil Okay Hatte so keinen Sinn Ne Eigentlich Mal gucken Ob das vielleicht besser ist Hm Auch nicht wirklich Boah Ist das ein Ist der hier vielleicht Jawohl Es geht Es geht langsam So Nimm mal den gelben hier Der gelben So Boah Es wird unheimlich Es wird unheimlich Ich bekriege Ich bekriege es hin So Jetzt müssen wir noch Einen längeren haben Ich würde den ja nehmen Aber irgendwie Hast du Hast du Keine Möglichkeit So Jetzt müssen wir mal gucken Ob wir hier Irgendwie Was Reißen können Das sieht doch aus Als ob wir den hier Eventuell Äh Nein Wäre ja zu schön Um Was Zu sein Scheiß Musik Drecksteil Ähm Wir basteln uns Erstmal ein bisschen Röber Wer ist es nicht Der ist es auch nicht Das sieht so wenig aus Also ich habe nicht Irgendwie das Gefühl Das hatten wir ja schon mal Also ich habe jetzt nicht Irgendwie das Gefühl Dass Als ob da irgendwas Fehlt oder so Was kann man denn hier Verlassen Und überspringen Ne Das wollen wir natürlich nicht Ähm Das sagt uns ja hier nichts Da kommen wir auch Nirgendwo hin Ich drehe am Rad Hey Ist das ein Spaß Vielleicht müsste da Ja der ist es nicht Also ich würde Geht ja auch nicht Der hier Boah Ich drehe am Rad Ich drehe am Rad Weil so viele Möglichkeiten Hast du doch nicht mehr Oder habe ich eventuell Oder habe ich eine Scheibe Übersehen Äh Das ist ein Verdammtes Rätsel So Der will nicht dahin Das ist klar Äh Aber wann weiß ich denn Oder was Wann weiß ich denn Wo hier eins Richtig hinkommt Oh Mann ey Ich hab die doch schon Irgendwie alle mal ausprobiert Hier Den hab ich ausprobiert Der hier Der hier vielleicht hin Jawoll So Okay, da ist der Der fragt sich natürlich, wo muss der hin? Da nicht Hier, das könnte er sein Perfekt Der kommt da Ah, Leute, es wird Es wird, es wird, es wird Ähm Dann denke ich mal, der kommt da hin Jawoll Der dann da hin Super Es lichtet sich langsam So muss das sein Okay, der kommt da nicht hin Kommt der vielleicht da hin Der kommt da auch nicht hin Ähm Da nicht Hier hin vielleicht Endlich Dann kommt der da hin Der dann Da hin Halt Okay Ich hab das Gefühl, mir fehlt was Oder? Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken Ja, nochmal, mach rein Immer noch nicht? Jetzt gleich aber Geh rein Oh mein Gott, das war ja Das war ja eine Das war ja eine schwere Geburt Gültig im Eimer Aber der Kaugummi sieht noch gut aus Ah, dann nehmen wir noch mit Allerdings auch nicht besser als vorher So Sicherungskasten Da haben wir denn da Die Taschen, aber die nehmen wir natürlich mit Und hier Sicherungsschalter Das System rebooted Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt Hier kommt das Neue Irgendwas Cooles R U F U S Ja, dann würde ich sagen Gehen wir mal zum Fahrstuhl Ob das jetzt klappt Ob wir jetzt hier wegkommen R U F U Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus Ich habe es selbst eingestellt Oder bin ich jetzt blöd? So weit, so gut Jetzt heißt es warten Hm? Was ist das für ein Geräusch? Ein Beamtenkreuzer Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder Arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken Genau, Freunde Und das werden wir natürlich dann in der nächsten Folge machen Ich würde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen Und nach dem einen Rätsel Was ja eigentlich relativ einfach war Äh, brauche ich erstmal eine kleine Pause So, in diesem Sinne Ich wünsche euch was Und ich bin raus Bis dann Tschüss 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 Vielen Dank.